Musik Herzlich Willkommen, Allo Soulmate Community. Vielen Dank, dass du eingeschaltet hast. Nicht jeder erkennt die Challenge gleich sofort. Manche Junge sehen, müssen erstmal ihre Erfahrungen machen, damit sie die Botschaft sehen. Die richtigen Menschen kommen in dein Leben, in dem Moment, wo du sie am meisten brauchst. Magic is being surrounded with people who are like you. Das heutige Thema ist, bist du gerade in einer Notsituation? Erstmal ist es wichtig, deinen Verstand zu beruhigen mit positiven Gedanken. Egal wie schwer es gerade für dich sein mag, denk dran, es gibt immer eine Lösung, wenn du positiv bist. Du bist bereits die beste Version von dir und hast alles, was du benötigst, in dir. Wenn du anfängst, dankbar zu sein für alles, was du bereits hast, öffnen sich neue Türen für dich. Denk an die Dinge, die du dir wünschst. Stell dir vor, du hast es bereits gerade und sei die glücklichste Person ever. Wenn du täglich positiv und gut gelaunt bist und weißt, dass du schon alles hast, was du brauchst, hast du deine neue Realität in dein Leben geholt. Versuch nicht, alles zu hinterfragen. Zum Beispiel, warum ist es nicht hier? Ich sehe, ich sehe es doch gar nicht. Das klappt nie im Leben. Wie kann ich positiv sein, wenn gerade alles so schlecht ist? Tu das bitte nicht. Wenn du Folge 5 gehört hast, heißt das, du weißt schon, dass deine Realität ein Spiegel deiner Gedanken ist. Sobald du deine Gedanken verstanden hast und deine Handlungen, wie und was du tust, zeigt dir dein Spiegel deine Dankbarkeit. Du bist dankbar, weil du jetzt weißt, dass deine Gedanken dafür verantwortlich sind, wieso du in einer Notsituation bist. Du schaffst das, du kannst es, wünsche dir ganz viel Spaß bei der Übung und die besten Wünsche für deine neue Realität. Also ganz random, egal, ob du Schüler bist, Student oder jemand ganz am Anfang, der ganz am Anfang ist und sich mit Finanzen beschäftigt. Schreib alles auf, was du ausgibst. Dann frag dich, ob du das alles wirklich brauchst. Nach einem Jahr schaust du in deine Notizen und erkennst, was dir wichtig im Leben ist. Das war's für mich. Have a wonderful day. Ich hoffe, du hast gerade gute Laune. Also never forget. Verbreite Positivität. Love vibes everywhere. Wenn du positiv bist und es auch so siehst. Bye, bye und bis zur nächsten Folge deiner Visionärin. Tschüss. 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 Vielen Dank.